Wie ist es möglich, dass man so glücklich sein kann? Bei einer Reise nach Italien wird das Glück zerstört. Nikolas! Und sie stehen vor einer Entscheidung. Es gibt keine Hoffnung. Noch schlägt sein Herz. Wie läuft das eigentlich, wenn wir seine Organe spenden wollen? Eine wahre Geschichte. Nikolas. Ein Kinderherz lebt weiter. Nächsten Freitag, 20.15 Uhr. Hollywood Superstars.